Leider ich begrüße euch diesmal mit Mikrofon und Sound und Mittelrund zum Blick auf gleiche uns zu so gut mit Basti und morgen Sonnabend Bastian Doppel-Pentakill was er jetzt macht damit vielleicht stimmt Triple-Penta-Quadra-Hexa-Kill ja mit mit Kata wird schwierig vielleicht ein Penta ja okay wenn ich gut bin alles klar 50 Sekunden zu mir und Spawn 50 Sekunden zu mir und Spawn äh Ionisch war oh die in Bane der sollte weggehen vielleicht ich hab nicht so den Damage johne ist tot äh jazoo meine ich äh kommst du weg? ja ich ja aber jazoo hat den Phil an Ion gegeben naja gut das ist äh Wasted of Exhaust bei denen ich könnte ihn ja so jetzt schon hauen ne ihm so einen Vorteil zu verschaffen mit 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 Ja, 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 ja. Alter, was will der denn von mir? Oh, Jesus. Oh, der ist so low, ach komm. Ich auch. Fuck off ey. Oh, der ist so low. 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 Ich bin tot. Nicht gut. Oh, der ist so low. Ich bin tot. Oh. 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 Oh, der ist so low. Oh, der ist so low. Oh, der ist so low. Okay. Oh, der ist so low. 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 Oh, der ist... Sie machen die Drake ohne irgendwie einen Gegenwert zu haben. Toll. Wie sind wir da? Jetzt. Oh Gott, du bist halt einfach der Beste. Ich habe eingekillt und den Drake bekommen. Äh, Basti ist halt einfach... Ich weiß nicht, das ist der Beste. Drake ist die Eingekillt, Alter. Ehre komplett von allen Hops genommen. Tschüss. Hey. Darauf erstmal ein Prüster-Schinn. Aber ich muss aufpassen, ja, Eron steht jetzt schon 4-0, das ist halt ein paar für sich. Ich glaube, die will dein Puppe. Ja, die soll level 5, was will die hier? Beide miss? Ja. Nicht, dass es beide Bot-Clang kommt. Kann ich mir schon denken. Oder Top-Lane. Sondern es ist auf jeden Fall schon mal hier. Dann wird der andere auch nicht fern sein. Ne, und da ist Eons-Mitte. Ich wäre jetzt zum Red gegangen, aber... Ne, lass. Wir beide gegen Echo und Eon wird schwierig. Echo ist zwar schwach, aber Eon macht zu viel dann nicht. Ey, du, das ist unglaublich. Ich kann nichts machen gegen ihn. Ich habe nicht mal einen Assist bekommen. Ich hätte einfach ja auch so spielen sollen, ganz ehrlich. Nächst mal lasse ich keinen random mehr, den Champ. Ult hier raus von Sona. Ja, wenigstens, wenigstens der war ausgesiedelt. Er kommt halt auch so easy immer wieder zurück. Ey, das ist unglaublich sein Damage. Ähm, jetzt sind da drei Leute? Oh, Himmel, Herrgott, was geht denn hier? Tschüss, Junge. Na ja, sehr gut. Was auch immer, die da für eine Idee hatte. Der hält nicht. Aber war dumm. Nice. Nice, nice, nice. Bus is back. So richtig back. Nice, 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 nice. Nice. Strong team. Denken die, wir sind ja am Tanzen oder was? Ist irgendwo eine Pflanze noch? Das ist ja am Tanzen? Ja, tun wir das. Ich wollte das Viertel hingehen, deswegen pingel ich das, ist er dumm oder was? Geht wieder hoch zum Midland, Midland Tower fällt safe, ok komm, wie lange hast du es noch halten? Nix. Nein. Mann, lauf doch schneller, ich hab dir doch Schuhe gekauft. Nooo, what? Aber ich bin Dauerstand, ne? Ja, bis ich halt unglücklich dahin gespawnt wurde. Ja. Hm. Nix. Also, ich weiß nicht, was der Yasuda macht. Ja, das ist sehr viel. Aber er hat glaube ich auch nicht Dion gefokust. Hat er nicht, nein. So fleischig. So fleischig. So fleischig. So fleischig. So fleischig. Alter Schwede. So fleischig. So fleischig. So fleischig. Wow, wow! Chill my your balls, please! Oh my god. Nein! Schade. Alles klar, das nennt man auch tanzt. Ich bin nicht nur, ich bin nicht nur, ich bin nur, ich bin nur. Alter, goodbye an alle, alle. Schlaft gut. What? Wait, what? Basti, 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 schon wieder ein Penta, Alter, Vater, ja, ich glaub, das wird für Basti jetzt langsam Gewohnheit, ey. Quagra-Penta-Kill, ich hab's, ich hab's nach dem dritten hab ich's schon gesehen, so als auch Lu Schnurre laufen kam, wusste ich. Einfach nice. Moin. Je baited. Aber wie die mir, wie, wie, der so pisst auf mich, der will mich wie aus ertöten. Mal ganz kurz sowas kaufen, ähm. Alter, Yasuo, meine Herren. Naja, er ist halt wirklich, ja, nicht das gelbe V-Mei. Aber Mund wird, glaub ich, zu tanky, wenn da keiner mit aufgeht. Schaff ich den nicht. Mach den, der Yasuo. Also dieser Yasuo TP ist der Beste. Mach den! Ach du Scheiße, die sind ja alle! Und er geht als letzter rein. Er hat, er hat mich endlich so gebaitet, Junge. Dieser Scheiße. Ich wollte ihm helfen, komm, geh runter und geh in den Tod. Ne. Mach nicht mehr. Da dachte ich, er geht jetzt rein und ich will ihm helfen und er rennt weg. Erst und dann rennt er nachträglich rein, um zu sterben. Ja, aber aus hat die wenigstens ein bisschen aufgehalten, stirbt aber. Aber das kann uns die Zeit gegeben haben, um nochmal hinzugehen. Ne, die machen die nicht. Sicher? Ne, ne. Was nur Luschen gestorben ist, für die eigentlich fände ich die Persönlichkeit. Na gut, dann machen wir doch nicht. Dann pushe ich halt. Wir sind alle back gegangen. Na, die waren ja auch alle einigermaßen low. Hey, der ist hier. Wer? Ja. Hallo. Oh Gott. Mund durch. Gelauf. Du hättest auch einfach zu oben laufen gehen können. Ja, ich hab Angst. Der nächste, der hier an, ne, 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 ist hier nicht. Der nächste, der hier an, tanz ist tot. Wird das der Penta? Was? Wo hast du das? Komm schon. Ey, lauf. Du musst tanken. Ja. Ey, Bas. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz, Bas. Du cheaterst. Geil. Zweimal Penta-Kill in zwei Games. Bruder. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist Effektivität auf königlichen Ebene. Ja. Ja. Äh, ja, ja. War nix dabei. Was ging denn? Junge, 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 ey. So, jetzt hab ich euch nochmal Lernstab gekauft für den Mundo, damit der ein bisschen besser durchgeht. Kommt ein Rabattons am Ende und dann war das. Das fühlt sich so an wie Kopf auf die Tastatur hämmern und dann Penta-Kill. So fühlt sich's tatsächlich von irgendwie an. Hahaha. Aber beim Yasu irgendwie nicht. Ah. Kein Penta. Oh. Hallo. Alter, fuck. Alter. 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 Aber mein Damage ist trotzdem heftig. GG, Leute. Die können direkt eigentlich surrendern, ey. Alter, hab ich mich irgendwie über Nacht verbessert, Alter, ich weiß nicht. Ja, du spielst wieder mit mir, Alter. Ja. 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 Ich hab auch die letzten Tage gar nicht gespielt. Äh, also ich hab wirklich jetzt, das letzte Mal hab ich mit dir gespielt auch. Boah. Sieht mir in drei, vier Tagen. Hm. Sonst gar nicht. Ich werd einfach durch, durch nicht spielen besser. Ich werd einfach durch, durch nicht spielen besser. Triple kill. Triple kill. Einer slow. Ich hab grad den Lu schon geronshottet. Ich hab's gesehen, meine Augen wurden grad voll groß. Ich hab mir grad so gedacht, so warte, war da grad nicht ein Champion? Oder einfach weggewicht, ey. Oh, lol. … Hm. ich hoffe noch kurzen Trank bin grad nicht bei euch aber müsstet ihr ihn geschaffen oder? das sind alles so monetarisiert monetarisiert genau moralisiert oh der Ion macht euch aber ist das geil jaa gebt den Basti mehr Futter wer zappt mich nyom 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 nice ulti ne ne weiß ich noch nicht ne ich wollte eh drücken aber ich bin nicht rangekommen nein oh er hat sich zu mann der Mund ist so tenky den will ich nicht vorkossen ich will ihn nicht na mama sagt nein so wir haben jetzt ein wir müssen mal die ganzen Indips holen dann hätte ich auch hier mal ne Menge druck und ich brauch noch ein bisschen Gold damit ich meine Rabadons kaufen kann dann könnte ich den Mund auch wegschlagen glaube ich dann geht der Zaubertrick von vorne los inzwischen hat er ja das gekauft das ist ja ein bisschen Gegenhalt gegen mich aber dafür kannst du alle anderen vier weg wünschen naja wenn das nicht aktiv wird ja die splitten? die split pushen auf jeder Ebene ja botlane ist nicht auch gut man aber lass ihn bitte einfach weg holen jo easy jonge was ich für ein Schild mache wenn ich ulte das ist ja Wahnsinn ja wichtig 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 und richtig oder oben ist ein Echo da war ein Echo da war ein Echo nein jetzt bitte mach die Toa Platz ich mach erstmal die Indips Platz oh mein Gott sag doch lieber die Indips Platz machen ich hab den Tower Club gemacht so und ich bin Lowlife reicht das für den Zaubertrick? ja anscheinend nicht mehr nicht mehr? ne 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 but ne 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 hoinho ne she wiz she 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 человеч is ode hier gibt es kein mein gott kommt dran machten damit das war der double peter gerne hoch rein tschüss bastis auf kräg